Setzen Sie ein. Pronomen. Komm zu mir. Bring es ihm. Verdiene es dir. Fahr zu ihm. Hilf ihnen. Übersetze es mir. Hör dir das an. Verkauf es ihr. Verabschiede dich von ihm. Grüße ihn von mir. Verrate mich nicht. Äußere dich dazu. Beeile dich endlich. Verbiete es ihnen. Bediene dich ruhig. Erklären Sie es mir. Stell es dir vor. Stell dich vor. Gehorche mir. Gehorche mir. Ändere dich nicht. Sag es ihm nicht. Schick es ihr. Schick es zu ihr. Schick es an sie. Vergiss sie einfach. Nenne ihn mir. Wasche dir die Hände. Wundere dich nicht. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Schönen Nachmittag. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020